Er hat mit seinem Doppelpack für die kleine Überraschung gesorgt. Der FC Carlsers Jena gewann am vergangenen Sonntag, dank Fabian Eisele beim BFC Dynamo mit 2 zu 1. Vor dem Spiel gab es erstmal Blumen für Ingo Kahles, Trainer von Optik Rathenow. Und das schon seit 33 Jahren. Die Blumen gab es von Jena-Trainer Andreas Patz. Dann ging es rein in die Partie. Jena gegen Optik Rathenow. Es ging sofort. Heißherr Eisele. Der Pass wird abgefangen von Emir Sejdovic. Und plötzlich ging es ganz schnell in die andere Richtung. Rathenow im Angriff heute ohne Jonathon Mujomo. Der Top-Toyjäger achtmal hat er getroffen. Muss wegen einer Gelbsperre zusehen. Aber das ist Rathenow doch völlig egal, denn sie haben auch Lukas Will. Auch er hatte acht Treffer auf dem Konto. Jetzt sind es neun. Rathenow führt nach sechs Minuten 1 zu 0. Und Lukas Will steht da in der Mitte. Viel zu frei. Kann unbedrängt einschieben. Das wollte Jena natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Viertelstunde rum. Der Ball bei Maximilian Kraus. Links draußen. Und in der Mitte. Klar. Fabian Eisele. Er knipst schon wieder. 17. Saisontreffer für Fabian Eisele. Und der war ja noch freistehender in der Mitte als Lukas Will beim Rathenow-Führungstor. Wenn das so weitergeht, dann wird das hier heute ein ordentliches Schützenfest. Drei Minuten nach dem Ausgleichstreffer. Jena hatte jetzt hier Blut gelegt. Oester-Hellweg in den Lauf von Wolfram. Maximilian Wolfram für ihn der elfte Saisontreffer. Jena dreht das Spiel innerhalb von drei Minuten. Maximilian Wolfram, zweitbester Torjäger hinter Fabian Eisele beim FC Carl Zeiss Jena. Hier zeigt er warum. Bleibt eiskalt. Vor Rathenow-Keeper Lukas Hiemann. 22 Minuten rum. Optik auf der Suche nach der Antwort. Dieser Doppelschlag, der hat sie ein bisschen aus dem Spiel gebracht. Zajdovic mit dem Schuss knapp am kurzen Pfosten vorbei. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Und schon hätte es 2 zu 2 gestanden. So bleibt es bei der Führung für die Gastgeber. Und die schnürten mit zunehmender Spielzeit Rathenow im eigenen Strafraum ein. Jena mit Kraus wieder über links in der Mitte. Eisele, der verpasst diese Flanke. Aber die Szene läuft weiter. Oester-Hellweg wieder in die Mitte. Und logisch Fabian Eisele macht das Tor. Nagelt den Ball unter den Querbalken. 18. Saisontreffer für Eisele. Bedankt sich nach dem Treffer standesgemäß beim Vorlagengeber Maximilian Oester-Hellweg. Erst verpasst Eisele noch diese Flanke und dann geht er an den ersten Pfosten. Die Reaktion der Rathenower spricht Bände. 35. Minute Freistoß jener Maximilian Oester-Hellweg. Der wird geklärt, aber sie lassen Rathenow gar nicht zum Durchpusten kommen. Und es folgt die Kombination von Maximilian Oester-Hellweg auf Maximilian Kraus. Und der zu Maximilian Wolfram. Tor oder nicht? Kurze Verwirrung und dann der Jubel. Der Ball war hinter der Linie, sagt das Schiedsrichtergespann um Max Bringmann. Und jetzt trifft auch Wolfram Doppelt. Saisontor Nummer 12 für ihn. Hätte es das Tor nicht gegeben, dann wäre es Strafstoß gewesen für Carl Zeiss. Denn Emyr Sejdovic ist da mit dem linken Arm am Ball. Wäre die klare Verhinderung einer Torschance gewesen. Aber so geht es weiter beim Stand von 4 zu 1. Und jener hat hier richtig Spaß. Rathenow kann sich kaum noch befreien. Und selbst wenn, dann rollt sofort der nächste Angriff aufs Gästetor zu. So wie hier. Jener setzt sofort nach. Und dann kommt der Ball in den Lauf von Maximilian Oester-Hellweg. Der hat noch nicht getroffen heute. Und dabei bleibt es auch. Wilde Szene vor dem Rathenower Kasten. Erst rettet die Latte, dann Keeper Hiemann. Großes Glück für Optik-Rathenow. Kurz vor der Pause, 42. Minute. Erst Maximilian Oester-Hellweg. Der macht eigentlich alles richtig. Und dann ist Kufur dazwischen. Der Ball springt an die Latte. Hiemann fischt den noch vor der Linie weg. Ja, zur Halbzeit. Da fragt sich Rathenow-Torschütze. Lukas will eigentlich, was ist hier los? Nach seinem Treffer ging es steil bergab. Und auch die zweite Halbzeit beginnt mit dem FC Carl Zeiss. Es geht schon wieder schnell in Richtung Gästetor. Vor Öster-Hellweg zu Kraus. Aber der kann den Ball nicht über die Linie drücken. Maximilian Kraus verpasst hier das frühe Tor nach Wiederbeginn. 55. Minute. Ecke. René Lange. Und den Ball, den kann Rathenow mal wieder nicht wirklich aus dem Strafraum befördern. Maximilian Wolfram setzt nach. Gegen eins. Gegen zwei. Gegen drei. Gegen alle. Eisele behält den Ball am Fuß. Und dann die Flanke von Öster-Hellweg zu Eisele. Auch bei jeners Bestem ist nicht jeder Schuss ein Treffer. Auf das erste Tor in Durchgang zwei müssen die über 2600 Carl Zeiss-Fans im Stadion trotzdem nicht lange warten. Maximilian Kraus bekommt den Ball hier vor den Fuß. Das 5 zu 1. 56. Minute. Und die beiden Doppeltorschützen aus der ersten Halbzeit. Die sind als erstes da zum Gratulieren. Eisele und Wolfram gratulieren dem Doppeltorschützen vom letzten Heimspiel. Da hatte Maximilian Kraus das 2 zu 0 gegen Nuckenwalde im Alleingang herausgeschossen. Eine gute Stunde gespielt. Da findet Rathenow auch mal wieder offensiv statt, weil Jena mit dem 5 zu 1 im Rücken jetzt natürlich einen Gang zurückschaltet. Da ist ein bisschen Platz für Johannes Pistol und den Nutz, der ausprüft Lukas Sedlak mit dem Schuss. Rathenows Torschütze will danach im Abseits. Deswegen läuft die Szene ins Leere. Immerhin mal ein Ausrufezeichen. Und Rathenow macht weiter. Acht Minuten nach diesem Schuss von Pistol. Platz für Kufur. Und der sieht den einlaufenden Januario. Das 5 zu 2. Ob de Grateno legt hier auch noch einen Treffer nach. Für Januario ist es der vierte Saisontreffer. Setzt ihn ganz trocken in die lange Ecke vorbei. An Lukas Sedlak keine Chance für den Jena-Keeper. Mehr wie Ergebnis Kosmetik, wie man so schön sagt. Dürfte das aber nicht sein. Denn das letzte Wort, das gehört einmal mehr dem FC Carl Zeiss Jena. Schöner Ball in die Spitze zu Prokopenko. 6 zu 2, 88. Minute. Alexander Prokopenko. Sein zweites Saisontor. Ja, sowas wie ein Abschiedsgeschenk. Er hat seinen Vertrag unter der Woche nicht verlängert. Aber er lässt die Anzeigetafel nochmal blinken. Und da steht es dann da. 6 zu 2. Tolle Vorlage auch von Patrick Scheder aus der eigenen Jugend. Den Sprung in die Profimannschaft geschafft. Und Alexander Prokopenko setzt den Schlusspunkt in dieser Partie. Die Stimmen zum Spiel. Naja, unser frühe Tor war Gift. Wir haben zu offen gespielt. Wir wollten mitspielen. Ich denke, wenn wir in den ersten 15, 20 Minuten sehr guten Fußball gespielt, dann waren wir zu offen. Und es hat Jena Eiskalt bestraft und verdient in der Höhe gewonnen. Was macht Sie trotzdem zuversichtlich auch für die nächsten Spiele? Wir haben andere Gegner. 6 zu 2 gewonnen. Alles okay. Zwei Tore gemacht. Ja, hätten da ein, zwei mehr sein können. Aber so ist es im Fußball. Manchmal vergibt man auch Chancen. Und deswegen zwei sind auch gut. Ging da nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft nach diesem frühen Gegentor? Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt immer brauchen. Das war ja beim BFC schon so. So ein Hallo-Wache-Effekt. Wenn es unbedingt so sein muss, nehme ich das hin, wenn man das Spiel dann gewinnt. Aber es muss nicht sein. Die Jungs müssen einfach konzentriert sein, das besser wegverteidigen. Sind da einfach nicht richtig in den Zweikämpfen da gewesen. Aber nichtsdestotrotz sind gut zurückgekommen, konzentriert geblieben, ruhig geblieben und dann auch im Endeffekt verdient gewonnen. Ja, und gibt es denn nach diesem Sieg neben den Feierlichkeiten vielleicht doch noch das Fünkchen Hoffnung, den BFC abzufangen? Das heißt Hoffnung oder wir können die Sache nicht beeinflussen, was der BFC macht. Nochmal, die stehen zu Recht da oben, haben ihre Spiele gewonnen und wir brauchen jetzt morgen auch nicht Daumen drucken. Wir können entspannt hingucken, das können wir machen und dann schauen wir weiter. Ja, also wie gesagt, die Spielen morgen in Auerbach. Da wird man sehen, was sie holen. Im Endeffekt geht es darum, dass wir die letzten Spieler versuchen zu gewinnen, konzentriert auftreten und was dann am Ende rauskommt, das wird man sehen. Heute erstmal ein souveräner 6 zu 2 Sieg gegen Optik Rathenow. Für die Gäste wird es damit wieder enger im Tabellenkeller im Kampf um den Klassenerhalt.